Oh, Lamy, ich freue mich so sehr, dass wir es mal schaffen, ins Kino zu gehen. So wie du fährst, da kommen wir erst morgen an. Jetzt drück doch endlich mal auf die Tube, gib Gas. Nein, ich möchte mich an die Geschwindigkeitsregeln halten. Warte mal, was macht der Cop denn da? Was ist denn los? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Aber natürlich habt ihr was falsch gemacht. Ihr seid viel zu schnell gefahren. Äh, warte mal, was? Wie? Das kann ja gar nicht sein. Lamy, wir sind doch ganz klar nur 30 gefahren. Emily, ich habe dir doch gesagt, fahr langsamer, du bist viel zu schnell gefahren. Was redest du denn da? Du hast gesagt, Emily, drück aufs Gas. Was lügst du denn jetzt hier vor der Polizei? Ich? Ich habe sowas niemals gesagt. Ich fahre immer ganz, ganz langsam. Moment mal, das Mädchen, du warst hinter dem Steuer? Äh, ja, das ist mein Auto. Also bin ja auch natürlich ich gefahren. Was, was, was ist denn jetzt los? Ist das Auto etwa nicht gerecht für die Straßen oder was ist los? Äh, doch, doch. Äh, alles gut. Äh, ich habe mich nur gewundert. So ein schönes Mädchen in so einem schnellen Sportwagen, das sieht man nicht alle Tage. Äh, oh, danke schön. Ja, ich liebe mein Auto sehr, vor allem die Farbe. Pink ist meine Lieblingsfarbe. Aber, Officer, wir haben nichts falsch gemacht. Also, warum halten Sie uns an? Ganz genau, wir haben nichts falsch gemacht. Wir sind nicht zu schnell gefahren. Wir sind auch nicht zu langsam gefahren. Äh, hey, du hältst jetzt den Mund. Ich unterhalte mich mit diesem Mädchen hier. Also, du bekommst natürlich keine Strafe und du bekommst eine Strafe fürs, ähm, fürs unerlaubtes Reden mit Polizeiangestellten. Was? Ich bekomme eine Strafe, nur weil ich geredet habe? Ja, ganz genau. Du bekommst eine Strafe. Aber du bekommst natürlich keine Strafe. Äh, ja, danke schön. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber, äh, wir wollten ins Kino. Der Film fängt gleich schon an. Könnten wir, könnten wir jetzt weiterfahren? Oh, ihr wolltet ins Kino? Natürlich, ähm, darf ich vielleicht mit euch kommen? Also, ähm, äh, du Junge, du kannst ja hierbleiben und wir zwei, wir zwei können doch ins Kino gehen. Äh, also, der Junge daneben hier ist halt mein Freund und wir haben das schon so lange geplant. Wir wollten wirklich in diesen Horrorfilm rein. Tut mir leid, dass ich jetzt enttäuschen muss, aber wir müssen jetzt auch wirklich weiter. Der, der fängt ja jetzt an, der Film. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön, äh, schönen Tag noch. Oh, Emily, das war ja mal mega knapp, aber das war ja voll der Idiot, oder? Äh, Lamy, das war wirklich ziemlich komisch, muss ich sagen. Hat der mit mir geflirtet, obwohl du neben mir stehst? Der hat mir einfach eine Geldstrafe gegeben. Das nächste Mal gebe ich dem eine ins Gesicht. Ey, wirklich, jetzt lass uns endlich ins Kino. Oh, ja. Oh, Lamy, der Film ist so cool. Oh, und Takiwagi ist echt gruselig. Stell dir mal vor, der steht abends einfach vor deinem Bett. Ich würde mich zu Tode erschrecken. Hm, ich würde den erst mal fragen, ob der eine kalte Cola will. Cola ist nämlich mega lecker. Gluck, gluck, gluck. Hm, aber ich muss jetzt mega auf die Toilette, Emily. Warte, was? Wir sind aber mitten im Film. Lamy, du trinkst die Cola immer so schnell, dass du jedes Mal aufs Klo musst. Mitten im Film. Oh, Mann, ey. Meine Blase platzt ab. Oh, Mann, jedes Mal das Gleiche mit Lamy. Deswegen gehen wir auch nicht so oft ins Kino. Der ist wirklich den ganzen Film einfach auf der Toilette. Oh, Mann. Aber was macht Hagiwagi denn da? Oh, wow. Aber wartet mal. Wo ist Lamy eigentlich? Der Film ist gleich schon vorbei. Nicht, dass er sich auf Klo eingesperrt hat oder so? Nicht, dass der ausgerutscht ist oder so. Oh, ich sollte besser mal nachschauen gehen. Lamy, was passiert denn hier? Was warst du da mit Lamy? Du kommst jetzt sofort mit mir mit. Sonst werde ich Lamy weiterhin tasern. Oh, was hast du mit ihm gemacht? Ich dachte ganze Zeit, Lamy wäre auf Klo. Und jetzt folterst du Lamy hier draußen. Was bist du denn für ein Polizist? Aua, ich wollte doch nur auf die Toilette. Und jetzt hat sich das auch schon erledigt. Oh, um Gottes Willen. Bitte lass Lamy in Ruhe. Ich mache alles, was du willst. Na los. Komm mit in mein Auto. Oh, Mann. Ey. Ich wollte doch nur einen Film gucken. Was soll das denn jetzt? Wo willst du denn mit mir hin? Hehehe. Vertrau mir einfach. Äh, was, was willst du von mir? Was hast du jetzt mit mir vor? Willst du, willst du etwa, dass ich mich umbringe? Äh, nein. Du hast zwei Möglichkeiten. Denn ich beobachte dich schon etwas länger. Ich habe mich in dich verliebt. Und für dich gibt es also nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du musst, du musst mit deinem Freund Lamy Schluss machen. Und du heiratest mit mir. Oder ich werde dich den Berg hier runterschießen. Äh, ich soll dich heiraten? Oder da runterspringen? Dann würde ich lieber da runterspringen, als dich zu heiraten. Was denkst du dir denn eigentlich? Natürlich. Ich bin glücklich mit Lamy zusammen. Und ich möchte doch nicht mit dir zusammen sein. Du bist ein Freak. Hey. Wie kannst du nur mit mir so reden? Du weißt, was das bedeutet, oder? Das, das bedeutet, ich muss jetzt, ich muss wirklich von, von diesem Berg runterspringen. Du, du bist doch nicht mehr ganz dicht im Korb. Lass mir dir helfen. Ich werde dich tasern und runterschmeißen. Du, du, du willst mich tasern und runterschmeißen? Hast du etwa keine Freunde? Und warte mal, du beobachtest mich schon länger? Oh, das, das ist total verrückt. Oh, Lamy. Jetzt? Jetzt so runter mit dir. Ich? Ich springe lieber, als mit dir zusammen zu sein. Nein. Nein. Stehen geblieben. Hier kommen die Helden in der Null. Lamy? Bekommst du mich zu retten? Was? Was macht ihr denn hier? Und noch ein Polizist? So, das war's jetzt mit dir. Hände hoch oder ich schieße. Nein. Ihr bekommt mich niemals. Warte mal, der flieht. Was, was sollen wir denn jetzt machen? Äh, naja. Wenigstens ist er jetzt endlich weg und wir haben dich gerettet, Emily. Ja, und jetzt hat alles ein Ende. Und dieser blöde, ähm, Fake-Polizist wird euch nie wieder belästigen. Das verspreche ich euch. Oh, vielen Dank. Ich werde auch dafür sorgen, dass der nie wieder nach Brookhaven kommt. So was, so was macht man nicht mit uns. Oh, Mann, ey. Ja, Pferdchen. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Brookhaven-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und tschüss.